Dann wollen wir mal ein Foto machen, oder? Also grafisch hackert hier ein bisschen, aber grafisch ist das echt. Was ist das denn? Eine Wucht. Oh, das sind Piepmätze. So, wo sollten wir was finden? Was war denn das hier? Nee, erstmal Kuh wieder zum Wegpacken. Ich weiß nicht, ob sie den Film vom See überhaupt drinne hatte. Jetzt, Quatsch, da will ich doch gar nicht hin. Nein, da will ich nicht, da. Was war denn das hier? L? Nee, K? K war das. Ähm, Kamera ausprobieren. Mach ein Foto im Garten. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wahrscheinlich die Piepmätze da. Da ist das Kamerasymbol. Ach, guck mal da. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachten, zeig die Bildvorschau die Einstellung an, während du dies an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Das ist ja schön. Was ist hier mit R und E? Ach du Gott. Ja, F ist Höhe. Achso, F ist hier. Achso, bereite dich auf dein erstes Bild vor. Wenn du still stehst, kannst du die Feineinstellung der Kameradrehung Neigung und Höhe vornehmen. Ja, das will ich ja jetzt nicht machen. Fortfahren. Einstellungsfeldanzeige. Öffne das erweiterte Einstellungsfeld, um das Foto einzigartig zu machen. Ach du Gott. Verwende die Bedienelemente des Paneels, um Fokus, Belichtung und Blende einzustellen. Drücke links, um Registerkarte Extras zu wechseln. Ja. Hier findest du alle Erweiterungen für die Kamera. Du kannst verschiedene Objektive, Filter, Filme mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten und vieles mehr verwenden. Im Moment steht dir jedoch nur ein 100er ISO-Film zur Verfügung. Drücke, um das Panel zu schließen. Nach dem Schließungsfensteres stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um den Aufnahmemodus zu wechseln. Kann ich? Ohne, dass er abholt? Ja. Du bist dabei, ein Foto zu machen, bei dem ein wichtiges Merkmal der Geschichte nicht richtig erfasst wurde. Du kannst fortfahren, aber die Geschichte wird möglicherweise nicht fortgesetzt. Fortfahren? Nein. Woran sehe ich denn das? Alter. Ach so, korrekt belichtet. Links sieht man zu weit weg. Motiv erfasst. Motiv erfasst. Glückwunsch. Du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe der Spiel so viele Fotos machen, wie du willst, aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Ähm, ich habe Fortsetzen gedrückt, äh, nein. Oh, rechte Maustaste. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Es sieht schon sehr nice aus. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert, aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. Das sieht schon sehr krass aus. Kann man das? Das ist schon. Oh, Zitronen. Oh. Okay, wir müssen in die Dunkelkammer. Okay. Okay. Fotopapier. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehrere Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einen kleinen Entwicklungstank gelegt. Dieser Tank wird dann in den Entwickler getaucht, gespült und anschließend in ein Stoppbart getaucht. Anschließend wird er neu gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmrollen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Das ist schon krass, ja. Das muss auch irgendjemand mal erforscht und entwickelt haben, wie das abläuft. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Die Vorschau auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Natürlich wirst du deine Bilder als negative sehen. Dieses Foto entwickeln? Ja. Mit dem Vergrößerer kannst du deine Fotos noch individueller gestalten. Du kannst wählen, auf welchem Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet wird. Mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf das Papier projizieren und sehen, ohne es zu belichten. Verwende die Bedienelemente, um das Papier auf den Tisch zu verschieben und um die Vergrößerung und den Fokus einzustellen. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf siehst, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Spiele so lange mit den Einstellungen, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke die Space-Taste. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert und beschleunigt im Vergleich zur Realität. Die Musik. Tauche das Papier in den Entwickler ein und das Bild erscheint. Um eine ideale Belichtung zu erreichen, nimm das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Wenn du das Papier zu früh oder zu spät herausnimmst, wird das Bild ruiniert und musst es erneut entwickeln. In Wirklichkeit folgt auf das Eintauchen dem Entwickler ein Spülbad, ein Stopbad und dann ein zweites Spülbad. Diese zusätzlichen Bäder wurden der Einfachheit teilweise übersprungen. Hier ist der Abzug des Bildes. Du kannst es in deinem Album aufbewahren oder es wegwerfen. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Du kannst jede Aufnahme so oft entwickeln, wie du möchtest. Alle Aufnahmen bleiben dauerhaft für Abzüge verfügbar. Das ist enorm. Vor allem die Details. Guck mal, die Pinzette. Die ganzen Kratzer. Warum? Also wenn die Eltern mitkriegen, was sie alles weiß über Fotografie, würden sie sich nicht nur Fragen stellen. In das Album ablegen. Vor allem darfst du das nicht offen hinlegen. Was cool gemacht. So, K war das. Der Rahmen. Ich muss eines meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Ich habe Martha Kamera. Ich brauche ein Stativ. Davon kann ich ein Selbstporträt machen. Die Zeitung haben wir gelesen. Wir brauchen ein Stativ. Haben wir schon mal Stativ gefunden hier? Moment, stand das vorhin auch schon da? Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Okay. Ach, guck mal. Jetzt gibt es hier einen Zielmarker. Können wir die Kamera nicht mitnehmen? Ich glaube, ich muss wieder entwickeln, ne? Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Zuerst sieht man gar nichts. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Das ist gruselig gerade. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Aber ich muss es heimlich machen. Sonst hält man mich für verrückt. Das krasse ist ja, dass die Negativbilder so gruselig sind, ne? Das krasse ist ja, dass das krasse ist. Guck mal, das Wasser. Ich muss auf den Timer achten. Die Seele auf dem Foto. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Ich hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Siehste, jetzt machen wir das, was Luthanda schon vorgeschlagen hatte. Die Tür ist natürlich verschlossen. Warum? Am selben Tag 23.30. So, wo müssen wir denn hin? Mach ein Foto von Martha, haben wir erledigt. Die Haustür, finde den Schlüssel. Er könnte ein Vaters Arbeitszimmer sein, das sich unter dem Elternschlafzimmer befindet. Um die Tür zu öffnen, benötigst du den Schlüssel? Okay, 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 okay. Oh, die Kamera. Warte mal, hier ist ein Tagebuch. Warte mal, hier ist ein Tagebuch. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha. Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Palapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Ah, wenn ein Partisan ist. Und sie Kinder von einem General, von einem Nazi-General. Ah, ja, 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 ja. Okay. Das Telefon. Ich habe gerade nicht den Mut, das Telefon zu benutzen. Nicht jetzt. Okay, also ist das Telefon auch irgendwann mal dran? Es ist dunkel und ich kann das Licht nicht anmachen. Das ist gefährlich. Ich brauche einen Blitz für die Kamera. Den kann ich unter Papas Sachen im Zimmer unter seinem Schlafzimmer suchen. Da ist nichts. Hier ist noch was. Eine Linse. Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Okay. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Orangefilter. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. Blaufilter. Ideal für Innenaufnahmen. Okay, hier ist aber kein... Nee, das ist für die Kamera da, ne? Boah, ist das schweinedunkel. Das Stativ. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Nee, doch. Dann bräuchte ich aber kein Blitzlicht. Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Kann ich mit Infrarotfoto ein Foto machen? Und zwar von etwas, was sonst das Auge nicht sieht. Okay, nee, noch nicht. Das Zimmer unter Vaters, unter dem Schlafzimmer. Aber dann müssen wir ja eine Etage hoch. Huchala. Nochmal ein Telefon. Telefon. Hier ist der Kamerablitz. Jetzt kann ich Marta auch im Dunkeln fotografieren. Blitzbirnen. Papas Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Die Frage ist, wo ist unser Ort? Bologna. Der Schlüssel. Ich gehe mal umgucken. Hier ist aber nichts zum Angucken. Okay, ich gehe leise wieder runter. Pssst. Kann man mit dem Blitz auch eine extrem dunkle Umgebung verwenden? Ja, das hatte ich vor jetzt. Benutze die Kamera, betrachte die Kamera, okay, in die Tasche packen. Wir betrachten das bei der Kamera. Wir packen jetzt, äh... Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, warte mal. Wie war das hier? Control. Wir brauchen das Add-on für den Infrarotfilm. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle für Splits. Was passiert denn hierfür? Komponente abwählen. Makro. Blaufilter nein. Nein. Okay, die Filter lassen wir mal. Motive erfasst. Unscharf zu dunkel. Ähm... So, unscharf. Fokussierung. Durch die Fokussierung ist jetzt aber wieder, äh, muss die Blende wieder angefasst werden, weil es sonst zu dunkel wird. Korrekt belichtet. Erledigt. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. So, jetzt haben wir mit einem Infrarotfilm. Warte mal, kann ich nochmal? Indem ich nur... Das war das... Nee. Oh, warte mal. Wir machen das mal mit einem Infrarot zusammen, ne? Ja. Ja. Ach so, wenn meine Linsen... Ah. Okay. Aber jetzt ist es egal hier. Ich würde es mal riskieren. Ähm. Und scharf. Das ist cool gemacht. Ach so, gedrückt halten. Okay. Wir gehen mal schnell entwickeln, oder? Also ich möchte unbedingt sehen, was da rauskommt jetzt, ja. So, das ist es. Das Infrarotbild, das ist das, was wir hier gemacht haben. Wollen wir mal vergrößern. So, okay. Dann... Schärfer einstellen. So, einermaßen. So, okay. Äh? Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht ist es albern, zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Aber das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Ich entwickle aber noch das andere Bild. Warte mal, ich mach mal jetzt hier überspringen. Gut. Um die Sequenz ein bisschen zu überspringen und zu straffen. Weil ich glaube, bei den Bildern hier... Oder bei dem Bild hier passiert nichts. Die Story-Relevanten, die lassen wir dann mal. Vielleicht passiert ja irgendwas bei der Entwicklung. Nee. Können wir wegwerfen. Brauchen wir nicht. Gut. Wir gehen jetzt zum See, ne?